World Cup 2010 Kamerun vs. Danmark 19.06.2010 Selmkenzi Seltsamkenzi Autor de Seltsamkenzi Video Danmark muss gegen Kamerun antreten. Beide Teams haben ihr erstes Spiel verloren, Danmark mit 0 zu 2 gegen Niederlande und Kamerun mit 0 zu 1 gegen Japan. Kamerun ist in seinen Leistungen keinenfalls beständig und auch nicht mehr in der Form, wie man sie noch kürzlich beim Afrika Cup in Angola hatte. Deshalb ist hier mein Tipp, Danmark wird das Spiel gewinnen. World Cup 2010 Kamerun vs. Danmark 19.06.2010 Selmkenzi Seltsamkenzi Autor de Seltsamkenzi Video Danmark muss gegen Kamerun antreten. Beide Teams haben ihr erstes Spiel verloren, Danmark mit 0 zu 2 gegen Niederlande und Kamerun mit 0 zu 1 gegen Japan. Kamerun ist in seinen Leistungen keinenfalls beständig und auch nicht mehr in der Form, wie man sie noch kürzlich beim Afrika Cup in Angola hatte. Deshalb ist hier mein Tipp, Danmark wird das Spiel gewinnen. Vielen Dank, Danmark wird das Spiel gewinnen.